1,8 Millionen EM-Bestandsrentner hoffen auf das Bundesverfassungsgericht. Kommt doch noch die höhere Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. 1,8 Millionen Rentnerinnen und Rentner als EM-Bestandsrentner hatten die Hoffnung auf das Bundessozialgericht. Diese Hoffnung wurde am 10. November 2022 begraben. Der 5. Senat des Bundessozialgerichts entschied, dass es keine höheren EM-Renten für Bestandsrentner geben wird. Davon hatten wir ja auch berichtet. Das Bundessozialgericht hat eine Richtervorlage nach dem Grundgesetz direkt zum Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Dies bedeutet aber nicht, dass eine Verfassungsbeschwerde durch die betroffenen Kläger und Klägerinnen, die beim Bundessozialgericht hier in der letzten Fachinstanz verloren haben, nicht möglich sein sollte. Denn mit dem Urteil des Bundessozialgerichts ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das Bundesverfassungsgericht muss nun klären, ob die derzeitige Gesetzgebung gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes verstößt. Daher hat der Sozialverband Deutschland und der VdK mit einer Pressemitteilung angekündigt, vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe zu ziehen und prüfen zu lassen, ob die Entscheidung des Bundessozialgerichts in diesen beiden Revisionsverfahren korrekt erfolgt ist. Nach Auffassung des VdK hätte die Zuschlagsregelung des Gesetzgebers, die ja zum 1.7.2024 für die EM-Bestandsrentner kommen wird. Auch da haben wir schon viel berichtet darüber. Doppelt so hoch sein müssen, wie bisher vorgesehen. Vorgesehen sind ja maximal 7,5 Prozent. Also in dieser Fallkonstellation, so der VdK, hätten mindestens 15 Prozent Rentenerhöhung als Zuschlag für EM-Bestandsrentner kommen müssen, damit man hier nicht mehr von einer Ungleichbehandlung reden kann. Ob das Bundesverfassungsgericht die Beschwerden bearbeitet, überhaupt annimmt oder eine umfassende Entscheidung hierzu treffen wird, ist sehr vage. Wer die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Abschlag bei der EM-Rente geht um die 10,8 Prozent kennt und bei der Ungleichbehandlung Mütterrente 1 und 2 mit denjenigen, die Kinder nach 1992 geboren haben, kann sich ausmalen, dass es wegen der höheren Rente, wegen der Zurechnungszeit, um die es ja beim BSG auch gegangen ist, für EM-Bestandsrentner sehr, sehr schwer werden wird, hier beim BVFG in Karlsruhe durchzukommen. Wir hoffen wie immer das Beste. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.